Welchen Trick findet ihr cooler? Trick 1 gegen Trick 2? Ihr entscheidet! Wir beginnen mit dem Boomerang. Du slidest von der einen auf die andere Seite und stützt dich dabei auf den Lenker ab. Der Second Move ist der Food Jam Decay. Du stellst dich auf die Bremse und springst über den Lenker drüber.